Schöner Leichtmann, was weiern wir? Auch ein ganz beliebter Satz auf jeder Beerdigung. So, ja, wie gesagt, Taschen sind aufgeräumt. Ich habe dieses Bild noch in meinen Taschen gefunden. Das haben mich hier einfach mal vor dieses Lebensbäumchen gestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das auch in die Wand hängen könnte, aber hier gibt es gar keine Wand, die so richtig frei ist. An den Kamin konnte ich es nicht hängen. Da oben hieß es so, das habe ich jetzt erst mal da hängen. Es ist doch größer, als ich dachte. Das haben wir ja von Raffal mitgehen lassen. Was ist das denn da oben? Ich meine, ja, aber ist das nur eine Schnuffeldecke? Das ist nur eine Schnuffeldecke, ne? Ich glaube, das ist nur eine Schnuffeldecke. Oder liegt da irgendwas drin? Naja, so gut. Ja, ansonsten Inventar aufgeräumt, Taschen aufgeräumt. Ja, ich schleppe immer noch viel zu viel mit mir um. Ich kann mich, ich habe, weiß nicht, Trennungsängste. Ich mag irgendwie nichts von diesen Items gerade wegpacken. Ich habe die Zugangskarte hier noch aufbewahrt. Und Haltrenke sehen jetzt gar nicht so schlecht aus. Gut, da sind nicht mehr so viele hier. Aber mal gucken. Jedes Mal, wenn wir einen Händler finden, werde ich da versuchen, was klar zu machen. Aber ansonsten hat sie ja mal 15 davon. Ach, nee. Von höchsten Heilungen hat sie gar keinen, ne? Na gut, dann müssen wir irgendwie durch. So, Levelaufstiege gibt es nicht mehr. Wir sind, glaube ich, ausgelevelt. Irgendwann nicht alles täuscht, oder? Ja, Stufe 12. Ich würde ganz gerne mal wissen, was so ein Waldläufer macht. Deshalb, lass es mal eben Kalach zu Hause. Ach, oder ich lass mein Schattenherz zu Hause. Ähm... Ja... Sieht ein bisschen böse aus. Gehrol reminds me of the Vremionoi of my homeland. The man-mages of Rashiman. While the girlfolk go on to rule as Wicklaren, we've touched boys were hidden away. Trained to work their craft in silence and secrecy. It is an old custom, not well observed. In truth, I thought it born of caution. After some... Catastrophe wrought by wizardly menfolk of old. Now I wonder if it was not done to hide them from Mistra. And the snares she sets for young and prideful boys, hmm? Youngstum, right? Oh, this suggests that Mistra has never tempted a witch into foolishness. Not that I would blaspheme by suggesting otherwise. I forget why I began this long and winding story. Yes, Boo. Ja, Boo is Boo. We have been spending too long around the wizard. Zeig mir Boo. Ich will Boo sehen. Wo mal Boo raus. Ähm... Ich soll mal eben kurz folgen mir. Wir können gleich immer noch wegschicken. As Boo is his. Zeig mir Boo. Decken. Decken. Ähm, da ich jetzt echt doch keine Lust habe, mich da nicht zu killen, spreche ich noch mal mit ihm, ja? Boo is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate they are likely to be rat formed and eager to charge rent. But Boo shall secure safe slumber for all. Das ist gut. Now, what do you need of Minsk? Boo. So, erinnert euch, warum ihr euch mit dem Centaurin getroffen habt. Das wäre mal interessant, ja? So dark an Alliance sealed with centish contracts, cultish vows and a dragon's shining horde. You think Minsk could forget? You are correct. I have no idea what any of that was about. But we shall simply... Gah! Boo. Da ist er ja. But you know, at my soft parts, I am trying to... Tsk. 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 Wenn ihr euch einzeln mit dem Schädel ziehen, vielleicht wird es dann etwas gelockert. Ihr klingt zögerlich, Elitide sein, Geister forschen. Achso, ja dann machen wir das. Ja doch, er erlaubt uns das. Ich glaube, das wird schon okay sein. So wie ein friedlicher offener Landstrich. Hm. Dem Anschein nach hat euch eure Arbeit großen Spaß gemacht. Das war hier eine böse Aussage, oder? Ah, die sind doch entstürzend in die Gilde. Und dann? Was kriegt der Kult? Wir sollten uns der Gildenhalle gehen, bevor der Kampf vorbei ist. Sollten wir das? Ich weiß nicht, wir fragen mal. Und wann und dann? Was kriegt der Kult? Was ist wichtig? Kultisch-Thinking hat gepflegt Minsk's mind lange genug. Jetzt ist es Zeit für D去了. Und dieses Schnaufe von sch ruhen, wie ein Hydr als es sich nem zur Hüter fues zur Hüter der Hüterenbeschrift. Bring forth die Hydr, sagt Lur. Mehr Fasen für die Punchen. First we pop the center and blot Then we show nine fingers The five fingers of Minsk Yes So ein Schach Mein Finger hat ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt Ihr scheint zu vergessen Dass all das euer Werk ist Ist es das Ich hab da offen gestanden den Anschluss verpasst Inhaltlich Ich hab da Also bei Minsk Hab ich jetzt inhaltlich komplett den Anschluss verpasst Das ist Wir sagen einfach mal Dass mein Finger auf den Kopf gelaufen hat Ja Ja Das ist Sag mal Kann man da nicht irgendwas nachlesen Ich hab eben Ich hab vielleicht irgendwas da verpasst Ähm Tadadadadadadadadam Ach ja, richtig, das Gold, ich glaube, ich würde das kaum freiwillig herausreißen. Ja, aber wo ist die hin? Ich irgendwie, also ganz ehrlich, ich habe mich da auch... Bei dem Teil, da komme ich momentan gar nicht hinterher. Ein wahnsinnig großer Daryl-Zugend anzusehen. Erklär mal lieber nochmal die Geschichte. Ja, aber ich werde euch gar nicht mitnehmen. Ich meine, nicht sind die Betalhafte, aber es wird gewissermaßen sein. Dank mir nicht, es ist der Kult, um den es mir geht. Alles andere ist nur ein Bonus. Da war kein Dank da dabei. Ja, werde aber nicht sentimental hier. Ah, die Misti-Eyes sind nur Alter. Ja, ich fühle mich selbst älter, als wir hier stehen. Also... Bericht, was im Kontorgeschehen ist, ja. Ja, das ist das Ding. Ja, das ist das Ding. Achso, ne, du musst hierbleiben. Ich bin mit Schattenerzähler weiterzusehen, gut. Ah, du wirst dich in der Zeit wie Jahira's Inzense wachsen. Wie die Herben und Soppe, ja? Der kommt in Seife? Äh... Ihr seid recht schnell dabei, mich auf euren Freund zu nennen. Ich wüsste gern ein wenig mehr von euch. Ja. Ich habe heute eine ehrliche Antwort. Was ist mit dem Hamster? Kann ich mehrere Sachen fragen? Ich würde ganz gerne alle Sachen fragen. Ich werde fragen erst mal nach dem. Das ist, finde ich, nein, das ist interessanter. Jahira hat gesagt, ihr habt 100 Jahre als Staat, oft ja weitergestanden. Das interessiert mich. Ah, du kommst in Search of Stories. Zeig mir nicht dein Besuch. Ich bin ein bisschen zu roh. Das wissen wir nicht. Einen Moment standen wir in der Stadt Slums. Der nächste, Ambush! Dann wachst du Minsk auf dem Weg, mit Stonendust in sensitiven Plänen. Oh Gott. Äh... Deshalb hat man euch ja so eine Steinfürste mitgenommen. Ihr habt nicht gesehen, wer die Gute, die wir waren. Wie war es denn, so eine Statue zu sein? Ah, ich finde die beiden interessant. Ah, was ist denn interessanter, wenn ich nur eins von denen frage? Ich würde das mit mich schon interessieren. Hm. 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 Es war lange vor, dann... Hick! Es ist jetzt. Ja, ich bin 100 Jahre in einem Moment vergangen. Und was hatte der von dieser neuen Welt? Letzter Statue hat die Leute jetzt verliert. Wir haben eurer Verstandung noch besichert, wie das hat und das euch etwas bedeutet. Äh... Minsk hat viele Dinge verloren. Seine Witze... Seine Minder... Seine Haus... Seine Freunde... Seine Minder... Aber... viele gute Dinge bleiben. Wer ist hier? Meine Steele ist hier. Jaheira hat mehr Länge, aber ihre Tongue und Wits sind sehr stark als immer. Die Stadt ist immer noch zu der Hände. Die See ist immer noch zu der Hände. Die See ist immer noch zu der Zeit. Und der Stench von Evil macht Buu noch ein bisschen Pag auf seine Nose. So, ich erwarte eine ehrliche Antwort. Was ist mit dem Hamster? Eigentlich kann ich den Tieren sprechen, aber warum verstehe ich ihn nicht? Vielleicht ein Tag, du wirst bereit sein, zu hören. Boo hat einen Weg mit Wörtern, die wir brauchen. All das Raum in den Zücheln, das ich denke. Wie stammt haben wir durch? Es gibt nichts in der Verbindung zwischen einem Ranger und seinem Kumpanien. Bevor Boo, war ich ein typischer Berserker von Rashemann. Begegnet und voll von meiner eigenen Serien. Das Problem mit einem so Gazing auf der Nadel, aber... Sie sind leicht gefeiert. Briggern spielten meine Skull wie eine Soddenweinskin. Ja. Es war so, als ich zurückgekommen habe, dass Boo erst kam. Er sagte mir, dass ich den großen knallenden Finger von Justiz hatte. Marking Minsk als seine Champion und Boo als mein Geist. Und als der Kopfschmerzen, also... Justiz kann nicht immer gängig sein. Ihr seid also am Paladin in der Gerechtigkeit, ihr habt den Verstand verloren und an der Ratte aufgesammelt. Verstehe. Nein! Vielleicht traut ihr mir eines Tages genug, um die wahre Geschichte zu erzählen. Ihr seid also am Paladin in der Gerechtigkeit? Ja, und der fliegt auch zu Stunden. Gehen wir weg? Meine Booten brauchen einen Kranche von unvirtuellen Nethers. Als unser Verstandsicher verstarb, habe ich ein paar seltsame Dinge gesehen. Oh? The mind of Minsk is a simple place. Of what strangeness do you speak? The memories re-sales. A lifetime of battles blurring into one. A single constant is Minsk. Launching into the fray no matter the foe. Be that god, monster, or man. It seems just the barest glimpse of what the man before you has seen and done. But enough to know that he has no right to still be alive. Okay. Ah, wait. Warum? Look at your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. Der guckt aber freundlich. My pants. Trace laced. In the russian style. So that a berserker might split skulls without fear of splitting bridges too. They are fiendishly complex. But fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots. Glaub nicht, dass mich deine Hosen... Vergesst eure Hosen. Ihr seid zwischen den Eben gesandelt. Ihr habt gegen Götter gekämpft. R Indianski, mit einer gl克ff. Well, as have you know. Well, do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. Rund. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. Wenn Menschen immer so freundlich dahergenzen, macht mich das immer sehr skeptisch. Ayuda! Wie ist das? Pessimisten sind Optimisten mit der Verhaugen, ne? Tut mir leid, wir haben nicht klar, wie wenig euch unsere neuen Kräfte behaben. Natürlich, ein Kriegersprechgedanken lieber aus, das zu lesen. Ich bin mir die Lärfe nicht, ich bin mir die Lärfe nicht, ich bin mir die Lärfe nicht. Ja, natürlich, ein Kriegersprechgedanken lieber aus, das zu lesen generell, ist das noch besser. Das ist ein guter Satz. Für Freunde, da gibt es Al. Nein, mein Freund, wenn du Angst hast, dass du eine Frage hast, die Minsk nicht antworten kannst, dann kannst du einfach fragen, Boo. Ihr seid recht schnell dabei. Ich finde das eigentlich einen unfreundlichen Satz. Aber Wenn wir Oh, wisst ihr, was eine gute Antwort wäre? Oh, wisst ihr, was eine gute Antwort wäre? Wenn du ein Freund von Yahira bist, bist du auch mein Freund. Meine beste Freundin hat es vor Jahrzehnten mal irgendwann gesagt, weißt du, irgendwann hast du da eine Beziehung. Wir haben uns halt überlegt, wir haben uns irgendwie drei, vier Mal die Woche getroffen und so und waren irgendwie auch einig, dass wir das, auch wenn jemand eine Beziehung hat, dass das nicht weniger werden soll oder zumindest irgendwie nicht ganz gestrichen oder sowas. Und man fragt sich dann immer, ja, keine Ahnung, kommen die überhaupt miteinander klar? Und dann sagt die sie zu mir, wenn du sie magst, werde ich sie auch mögen. Das fand ich einen richtig tollen Satz, so, weil wir ja vielleicht geschmackstechnisch jetzt nicht so weit entfernt liegen können, so war es wohl gemeint. Ihr seid recht schnell dabei, mich einen neuen Freund, äh, mich euren Freund zu nennen. Natürlich, mein Freund. Oder sind wir nicht Freunde? War nicht viel Zeit, äh, es klingt edel. Ist weise auf jeden Fall. Es war nicht viel Zeit, den wir, äh, von all den Nachfreundschaften suchen. Boo never looks to give me fleece. Sometimes you just pick these things up along the path. Now, does Boo see a question in your eye or just a parasite poking through? Was ist mit dem Hamzhaber, schmaler Frage? Nur Frage, keine Frage, nur eine Warnung. Wenn ihr noch einmal gegen mich werdet, werde ich euch kein zweites Mal retten. Nur den Parasiten. Was antworte ich denn da jetzt? Okay, das ist so eine Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, das ist so diese Gruselstelle für Ayuta, weil ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen. Aber da wird schon nichts Schlimmes passieren, ähm, wir nehmen das erst jetzt nochmal. Was mit dem Hamzhaber, jetzt geht das, jetzt gehen wir einmal im Kreis, ne? Keine Ahnung, es kommt selten vor, dass sowas passiert. Ja, perfekt. Äh, irgendwas stimmt nicht mit euch. Wollen wir das mal anklicken? Ja, komm, wir klicken das mal an. Irgendwas stimmt nicht mit euch. Ah, du sprichst von Minsks misshäpenden Skull? Das ist wahr. Moment, jeden Satz haben wir da auch. Das passiert aber eigentlich selten. Oh, das machen wir ja. Ja, okay, vergesst die Frage. Ja, ja. Ja, natürlich, aber, aber trotzdem. Okay, echt, der Hamster nackt, nackt Löcher, meine Unterwäsche? Boo, unser Haustier, Minsk, sehr schön. Oh, 26 Minuten, schon aufgenommen, nichts passiert. All right, Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand, because you do not listen. We were the first to discover the cult, and if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for dismacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. Den Dialog hätte ich ganz gerne mal gesehen, eben. Dialog falle hoch. So, Gemüse, ich erkläre noch, ich verstehe jetzt von noch nicht. Ihr versteht das nicht, ich verstehe das nicht, wenn ich es zuhört. Wir haben den cult als erste Entdeckung gegeben. Ihr hättet nur darauf gewartet, und hättet ihr nur darauf gewartet, hätten wir unsere Zahl stärken können und... Ja, gut, okay, alles klar. Schweigen, das klingt ja einen spaßigen Abend. Genug, worum geht es hier? Ja, worum geht es hier? Ich würde gerne sehen, ob eine Lehre gelernt wurde. Okay. Diese Mühe fällt auf unsere Hände, Minsk. Die Stadt unter Siege. Es ist Menschen, die durch die Kultur verletzt. Es könnte alles erneut werden, wenn ihr nur eure Gefühle abgetragen habt und gehört habt. Ja. Überzeugen. Minsk hört nur auf euch. Schon vergessen? Motiv erkennen. Und der Weg hat hier geendet, anstatt es die Kesslerik zu führen. Zum Christmars, komm hier. Wir können erst mal ein Motiv erkennen machen, oder? Ach ja, komm. Äh. Ich habe zu viel gesehen, zu glauben, dass die Besten uns auf unsere Seite genommen hat. Vielleicht ein schlusses Glück? Das Punkt bleibt. Man, ich habe mir das zu spät. Man, ich habe mir das zu spät. Ich habe die Kultur verletziert. Und das Worte, vielleicht als das alles. Du hast mich gelegt, dass du dich hinterlassen. Aber... Das ist, wo Minsk schlägt von Verletzieren, Jaheira. Was ist ein Berserker, wenn nicht zu schlagen, in die Gefühle vor seinem Weglarin? Weglarin? Minsk, ich bin nicht dein Reich. Du bist nicht mein Bodyguard. Das ist nicht ein High Lodge von deinem Land. Boer Gris, du bist ein queerer Kind of Witch. Aber diese Stadt ist ein queerer Ort. Und Minsk, du hast du gesehen, ist manchmal strange himself. Die Titels matter nicht. Nur das. Wenn Minsk macht, wie Minsk macht, und schützt, Jahira macht, wie Jahira macht. Und wir alle einen Weg finden, um uns alle zu retten. Oh, der ist mir... Das ist ja schon fast süß. Aber auch nur fast. Mir scheint eine tatsächlich verquere Logik zu sein. Ich würde mich fast fast wie die zwei entscheiden wollen. Ihr wollt also sagen, ihr habt drei gar nichts gelernt. Oder die drei, die ist auch gut. Also, ja... Oh, eins? Nee, wir müssen die ja nicht mehr bestärken. Also, ich finde ihn schon ein bisschen... Wie war das? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, oder? Ähm... Das trifft ungefähr ein bisschen auf Minsk zu, oder? Ähm... Ihr wollt also sagen, ich hab drei gar nichts gelernt? Ja? Ich würde das schon nehmen. Hm... Well, at least you're getting to know him a little better. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no Ointments or healing bombs. Not even for Boo? Das war's? Was hat er denn mit seiner Hexe? Das hat er ja vorhin auch schon gesagt. Ist das seine Lebensgefährtin? Oder haben Waldläufer Hexen? Die, mit denen sie verbündet sind. Sowas wie Mentor oder so. Oh... Hm... Irgendwie kann ich der Sache nicht so ganz folgen, aber... Okay, wir gehen raus. Ähm... Meine Idee wäre... Erstmal... Jedes Haus mal zu looten. Dann erstmal gehen wir gleich zu einer ganz bestimmten Stelle hin. So... So... So einmal... Das ist dann eine Mania-Rüstung. So, das ist das. Und... Jetzt krieg ich noch eine Trang. Mit hier entsprechen. So... Und zwar... Will ich... Da hin. Achso... Dann kommen wir ja erstmal... direkt da hin. So... Weil... Was auch immer hier unten ist... Äh... Hier waren wir... Noch nicht wirklich. Und ich weiß gar nicht warum. Also doch... Da steht irgendwo eine Person rum. Und ich bin deshalb nicht weiter gegangen. Überländer... Überdauernde... Überdauernde... Diomira... Tails... Ich werde mich jetzt... Ich habe dir, eine Blöper. Das ist ein Blöper. Ich hatte die Blöper... Ich gehe jetzt, Frau... Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal. Du gehst це... Ist das eine Meerjungfrau oder was soll dieses Schuppenkleid? Wird deswegen gesungen? Schwere ich die Bestattung? Das ist eine Lendlinge. Dumm bin ich auch. Berserker aus Rushman beschützen die Hexe aus Rushman. Also jeder eine und er ist halt sehr pflichtgetreu. Ach. Okay. Den Delo. Hmm. Wollt die Ombuläre. Wollen die auch opfern? Ein Opfer erdringen. Auf jeden Fall. Wo ist denn unser Hund schon wieder? Wieso ist der denn noch hier? Wieso? Warum? Achso. Ja der wird schon wieder kommen. Ja das mag ich jetzt hier aber nicht klauen. Wittbesuch an Umbulie. Können wir mal lesen. Können wir mal lesen. Um Olvis segens würdig zu werden. Und den Zorn der Sahubanin zu entgehen. Wie im Moment. Die opfern sich selber? Also ne. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Okay das ist wirklich überall dasselbe. Zeremonienpacken für Angegen und Balanten. Indem ihr die Hand der Ertrunkenen, mit der ihr euch schmückt, des Nachts auf den dafür vorgesehenen Platz eures jeweiligen Tempels legt, zeigt eure Anwesenheit im Tempel und eure Verfügbarkeit für klerikale Pflichten Antara an. Äh. Ich hab Peinschen dabei. Wer hat durch ihre aufrichtige Grausamkeit durch ihr argloses Nehmen geben und erneutes Nehmen. Wer von ihrer salzigen Gabel schlürft und Tag und Nacht mit dem Salzwasser der Meereskönigin gurgelt, hält die Worte seines Mundes ein und die Knirschen und Zähne gesund. Wer hat durch ihre aufrichtige Grausamkeit, das ist doch ein Mundwasserwerdung, äh, die ihr durch ihr argloses Nehmen geben und erneutes Nehmen. Nehmen und geben und erneutes Nehmen. Das klingt nicht sehr ernervt, oder? Dieses Nehmen und Geben und erneutes Nehmen. Echt das selbe. So, wir gucken mal, was sie dazu sagen haben. Oder haben Sie dazu sagen? Sie haben noch einen Sprachleibon, oder einen Marineri? Sie haben noch eine Marineri, oder? So, ok, das soll reichen, ein Foto ist. Flutstrom Alandra Grau. Meereswind Schnarchnase Drubella, Dunkelbrecherin Cheryl, Dunkelbrecherin Afgarioletta, Meereswind Langhorso, Dunkelbrecherin, wir sprechen noch mit der Schnarchnase, wieso nennt man jemand Schnarchnase? Die haben coole Klamotten an, ne, war schon schick. Die feiern ja das Ableben, richtig. Die feiern ja das Ableben. Die feiern ja das Ableben. Wie schickst du das Ableben? Wie schickst du das Ableben, die Sicherheit von Grey Harbour? Wie schickst du das Ableben? Ich habe es. Ich habe gar kein Auto. Das kann man nicht nehmen. Äh, ja wir können mal 500 Euro. Ich fange ja ein Gebet. Ein Gebet ist gut. Ich fange ja ein Gebet. Unbeholfen aber von Herzen. Haha. Ist diese Person noch trunken? Wer ist die Gestorbene? Schön erleichtern. Was weiern wir? Auch ein ganz beliebter Satz auf jeder Beerdigung. Was ist das? Wer ist die Gestorbene? Oh, okay. 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 Ich bin gut im Erschlagen vom Bistum, vielleicht kann ich helfen. Das Kostüm sieht so geil aus. Was war? U-Boot? Dialogverlauf? Du musst an dem Mann denken, dem und ich noch einen Hafen begegnet, unserem Tauchboot. Es handelt sich bei den kostbaren Geschenken ja wohl nicht um Ertrinken. Ich kenne den Meister dieser Bestie. Ich werde sehen was ich tun kann. Es handelt sich bei den kostbaren... Das ist unser guter Durchlauf, da fragen wir nicht nach Belohnung. Wir haben es ja immer gut abgeschnitten. Ich werde sehen was ich tun kann. Okay. Cool. Ich glaube die Bestie halt. Ich habe ein Tauchboot aus Metall gefunden. Unser Meister Roth haben wir den Erfinder. Wenn wir unsere Versprechen an der Landerer finden wollen, muss ja sterben. Na gut. Ja schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier die Zombies finde. Hier von aus... Vom alten... Ne, war das vom alten Galo? Ne, von... Ihr wisst welche ich meine. Von wo ist der denn überhaupt? Fillgrave, ne? Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier die Zombies finde, die wir vermissen. Wir vermissen ja noch drei Zombies. Oh, das sind drei. Wenn das jetzt Zombies wären wir das. Geil. Aber das sind wahrscheinlich keine drei Zombies. Manche Antworten sind wirklich so... Arschloch-Move. Ja, genau. Also... Ich werde auch definitiv auch nochmal böse spielen. Aber... Jetzt vielleicht nicht im ersten Durchlauf. Reiseführer der Schwertküste. Taverne und Gasthäuser. Lesen. Den Staub seiner Reise noch an Stiefeln und Mantel wird der kluge Reisende gewiss Spornstreichs eine Unterkunft in der Stadt finden wollen. Nachfolgend einige für die Stadt typische Häuser. Zur Sternenklinge. Leicht zu erkennen am hülzernen Schild, auf dem eine gekrümmte Klinge vor einem Sternenhimmel zu sehen ist. Eine handschriftliche Notiz am Rand merkt an, dass das Schild momentan nicht hängt. Dieses Gasthof ist gemütlich, ruhig wird allen Reisenden empfohlen, die sich von der Reise zu erholen wünschen. Hier findet ihr einfaches Essen, zu angemessenen Preisen, einigermaßen saubere Zimmer und gerade noch annehmbar saubere Gäste. Zur Errötene Nixe. Wer eine etwas aufregende Nacht in der Stadt erleben möchte, für den ist die Errötene Nixe die erste Wahl. Das Gasthof verdankt seinen Namen der Lebensgrößen großen Hölzern der Nixe, die es ziert. Es ist bekannt für seine zwielichten Gäste, regelmäßige Prügeleien und einen insgesamt sehr zweifelhaften Ruf. Dennoch feiere ich sehr oft, da meine Leserschaft großes Interesse daran zeigt. Ich kann euch nur raten, größte Vorsicht verhalten zu lassen, solltet ihr in diesem Äther ein bisschen morgen absteigen. Der Werner Elfgesang, der größte Teil dieses Abschnittes, ist wegen Wasserschadens nicht zu entziffern, nur an den Gefetzen am inneren Rand sind auszulesen. Schummrich, Besitzer Alan. Alan! Ätherischer Elfischer Gesang, okay. Ich kann da bestimmt kein von euch richtig sprechen, oder? Ist alles gefällig geworden, gerade in die Tage. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt hörst du diese Mooks, die mir erzählen, über Fischung zu erzählen? Schau, ich bin Fischung hier seit meiner Leben. Ich bin Fischung hier hier. Ich schau dir. Die anderen denken, ich weiß nicht was, aber ich weiß. Ich weiß was. Ich weiß was. Aha. Aha. Es ist immer irgendwas in irgendwelchen Ecken. Es lohnt sich immer um die Ecke zu gehen. Umberlees Keller. Die Wasser, die sich mit einer Flüde befindet, um mich zu verletzten. Es ist fertig. Du denkst, dass wir uns zu retten haben, Wolli? Was meinst du? Wie geht es dir? Es ist... Es ist ein Schmerz. Es ist nicht mein Lieblingsgespräch. Es ist nur mein Lieblingsgespräch. Es ist nur ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Ob wir hier sein dürfen überhaupt? Richtig, dann gehe ich erstmal lieber. Okay. Moment. Hast du nicht irgendwelche Fähigkeiten? Wir haben doch hier irgendwas. Wir haben dann bestimmt irgendetwas, damit wir uns unsichtbar machen können. Außer den klassischen Trank der Unsichtbarkeit. Ich dachte, ich hätte irgendwas. Habe ich hier nichts. Hätte ich gedacht. Ja gut, dann Frank. Öffnen. Haben wir hier irgendwo. Frank ist auch Sichtbarkeit. Stapel teilen. Bestätigen. Mal zwei mit. 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 Ich bin so blessed. Vielen Dank.